Okay, schön, dass ich die Pfeile auch dabei habe. So, erstmal alles, was gestapelt ist und 10 Kilo oder mehr wiegt. Das war zu viel. Okay, 540 kann ich tragen, das heißt, 173 muss ich loswerden. 173. 173. Das hier wären schon mal 115, 138. 161. Ja, und dann passt es so. Knapp, aber egal. So, dann gehen wir jetzt nach Hause, bringen das Zeug hin und dann machen wir einen Abstecher in die Kanalisation, Leute. Wir müssen jetzt hier hervorheben. Das funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich frage mich, was jetzt noch kommt, denn die Hauptkrist begann ja mit der Flucht vor Kanzler Brutus, weil er mich einsperren lassen wollte, damals in unserer Heimat. Und jetzt haben wir getötet und wir sind wieder der Anführer. Was kommt jetzt noch, frage ich mich. Ich meine, wir haben noch quasi einen ganzen Kontinent vor uns so ziemlich und auf der Insel waren wir auch noch nicht. Was kommt jetzt noch? Hier waren wir auch noch nicht. Ich bin gespannt. So, erstmal rasten bis Gehalt. Dann wird repariert. Und dann gleich mal Zeug weglegen. Axt einhändig, die kann weg. Kurz bevor einhändig können weg. Stimmt überhaupt, das kann auch weg. Der kann weg. Kann weg. Tempel schwätze ich nach. Pfeile kommen hier hin. Das kann alles weg. Hier dürfte ich soweit nichts mehr haben. Ja. Und auch hier. Das hier kann weg. Knochen mehr haben wir noch. Und dann wegen dem Tempel schwert nachsehen. Hier haben wir Frostsäbel. Lagen wir für einhändig. 50 bis 55 ist das Beste. Und hier 1 bis... Ja, nein. Das hat Bischofetkern weg. So, 163 Kilo wägen wir. Oh, Leute. Wir haben fast keine Fackeln mehr. Wir können schon fast nicht mehr scrollen. Super. Okay. Dann. Leute, wenn ich es auf die Uhr sehe, ich würde in 10 Minuten Schluss machen. Das lohnt sich einfach nicht mehr. Ich glaube, ich mache... In diesen 10 Minuten mache ich einfach schon mal die... Fange ich schon mal mit der Routine an fürs nächste Mal. Wie weit wir kommen? Vielleicht mache ich jetzt zuerst Handeln, Leute. Das dauert ja immer seine Zeit. Dann fange ich damit jetzt schon mal an. Dass wir das hier jetzt schon mal machen. Normalerweise machen wir immer erst Alchemie und verkaufen die Tränke dann, Leute, wenn wir sie nicht brauchen. Aber dann kommen die Tränke halt beim übernächsten Mal mit. Und wir legen sie vorher erst dann hier mal ab. Und wir legen sie mit. Jetzt meine ich alles noch mal ab. Und dann schenke ich die Tränke. Was kann ich denn? Nur mit dem im richtigen Kuss. Ich glaube, ich mache weiter. Und dann packe ich da gerne, wenn wir sie machen. Ich glaube, ich nehme die Tränke jetzt halt. Ich glaube, ich reinge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, den kriege ich immer noch nicht So, wir wiegen immer noch etwa 20 Tonnen Dann legen wir jetzt mal wieder ab, Leute Erstmal alle Waffen, die 10 gestapelt sind Und einzeln 10 Kilo oder mehr wiegen Wobei, ich glaube, ich möchte Einen Stapel von den Waffen möchte ich verkaufen, Leute Machen wir die Eisenwacki, Saschi Das möchte ich mitnehmen Damit die Waffen auch mal Weniger werden Halt, das ist So, nur 8 Kilo So, nur 8 Kilo Das waren nur 6 Kilo, das waren nur 2,4. So, dann bei Kleidung, alles was gestapelt ist und einzeln 10 Kilo oder mehr wiegt. So, dann bei Kleidung. Das war's. So, dann alle restlichen Waffen, die gestapelt sind. Außer denen hier, die möchte ich an sich verkaufen. Dann alle Rüstungen, die gestapelt sind. Okay. So, dann alle restlichen Waffen. Gut, dann alle Waffen, außer die da. Ja, erst mal alle Waffen, die 10 Kilo mehr wiegen. So. Boom. So. 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 mit Rüstung. Gut, dann weiter mit gestapelter Kleidung. Gut, dann 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 Kleidung mit uns herum, Leute. Gut, dann 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 acht das sind vier Kilo, Leute ein Kilo noch ein Kilo naja, ein Kilo kann man ja ignorieren, Leute ein Kilo kann man sagen, es ging sich nicht besser auf ein Kilo ist akzeptabel so aber was dauert, die Zeit ist aber um handeln werden wir dann beim nächsten Mal das ist ja sowieso jetzt schon die Routine fürs nächste Mal gewesen so dann speichern und dann sehen wir uns morgen wieder, Leute ciao